Hallo Sammelfreunde, herzlich willkommen zum ersten Viertelfinale zwischen Norwegen und England und damit zu Orakel Nummer 45 der Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich. Wir haben wieder drei Stickertüten am Start und wollen mal schauen, wer nach Meinung des Orakels den Weg ins Halbfinale antritt. Wir beginnen mit Wilkinson aus Neuseeland. Da haben wir das Team von England und somit geht England 1 zu 0 in Führung. Dann Chapman für Kanada, Wöller ebenfalls Kanada und Sabatino Italien. So, da haben wir schon mal einen guten Start für das englische Team. Dann schauen wir mal, was Stickertütchen 2 uns bringt. Es geht weiter mit Italien und Giuliano. Dann Hellström aus Kanada, Diana aus Brasilien, Prinz Kanada und Ordega Nigeria. So, England immer noch vorne und willkommen zum letzten Stickertütchen mit Guerrero aus Chile, Schmidt, Kanada, Iangy, Kamerun, White, Neuseeland und Sais für Chile. Und damit bleibt es beim knappen 1 zu 0 für England über das Team aus Norwegen. Euren Tipp für den Ausgang dieses ersten Viertelfinals dürft ihr gerne wieder unten in die Kommentare schreiben. Vergesst nicht noch ein Däumchen nach oben da zu lassen, wenn ihr bisher nicht geliked habt. Und dann sehen wir uns morgen zum zweiten Viertelfinale, dem absoluten Knallerspiel zwischen Frankreich und den USA wieder. Bis dann, macht's gut, tschüss.